Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Kein Grund, rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen! Keine Waffe! Mr. Chester! Hör mal zu! 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 Was hier vorgeht. Die haben mich einem Offizier bei der Befehbsausführung angegriffen. Unser Befehle lautet nicht die Betreuer zu töten. Hör mal zu! Keine Ahnung. Bring sie zum Keller. Sölder entscheiden! Komm mal auf! Anja! Ja! Janst! Wer ist der Schreiber? Ah! 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 Nazi-Skarn? Anja, where'd they take you? Bugs are like jelly. Fingern füllen, Mom. Mother of all headaches. No one should be made to die like this. Möjle, Möjle. Möjle, Möjle. Alarm! Wir brauchen Verstärkung! Verstücke! Nein, schau mal weg! Komm an! Da, da, Leute! Anarm! Verstärkung! Suche neue Position! George! You Nazis. Shooting folks who can't defend themselves. I've been here before. We'll do this at the very end. I can't catch her for now because you've been hurt! I can't again! It's too late for now! I can't see! You're the one who can't be hurt at all. Just jump in the back?! Das war's für heute. 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 Anja. Das war's für heute. Ja. Das war's für heute. 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 We'll wait for you here. Kill, huh? Kill everyone.